Servus, Hallo bei Alpini! Wie viele Armbänder habt ihr in eurem Schmuckkästchen, die ihr nicht anzieht? Und warum? Weil ihr genauso wie ich alleine die Armbänder nicht zubekommt. Daher einen kleinen Trick von mir. Eine Büroklammer nehmen, ein Ende etwas aufbiegen, im Armband einfädeln, in der Hand festhalten, den Karabiner schon mal ein klein wenig öffnen, einmal rum ums Handgelenk und an der Stelle, wo ihr meint einhaken, Büroklammer raus und schon sitzt euer Armband wunderbar an der Hand. Ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Bis dann, Ciao!